Wie viele sind das? Wir machen einen Supersatz. Ich habe gerade Bicep Curls gemacht mit dem Gewicht. Jetzt können wir mit Bankdrücken. Ich nehme meinen Partner Supersatz. Wir nehmen jetzt hier 140 Kilo. Wie schon gesagt, Partner Supersatz. Ich habe gerade 8 Reps gemacht für Bicep Curls. Und ihr macht es jetzt für die Brust. Das ist ja richtig reudig. Leute, ich bin im Hintergrund mit 2 Cams. Also komm. Auf gehts. Ihr konzentriert sich in der Position schon. Das zentrale Nervensystem kann darauf einrichten, wo ich jetzt überhaupt bin. Das ist extrem wichtig. 2 Stück. Nachdem ihr gerade 120 für 8 gemacht habt. Und 5 setze ich Schräg beim Drücken. Das ist richtig ordentlich. Und jetzt, ich will noch mal hoch gehen auf 150 auf eine Wiederholung. Damit ich kurz Kraft habe. Und ich kässe die Sauna. Das ist ja richtig reudig. Das brauchst du nicht mehr, oder? Das brauchst du nicht mehr, oder? Das brauchst du nicht mehr. Also. Ich bin davon überzeugt, dass der hier... Ich will eine machen. Eine Wiederholung. Also, seid da. Was? Ich will von Anfang an da sein, okay? Jetzt wird's richtig reudig. Komm! Oh! Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Ich hab vorhin Maximalsätze mit den 60er Kurzhanteln gemacht auf der Schrägbank. Davor noch 120, 130, 140. Jetzt 150. Mein persönliches Maximum ist eigentlich 155. Jetzt wisst ihr, habe ich aufgehört tierische Produkte zu essen. Ich esse jetzt kein Fleisch, keine Milch, keine Eier und so weiter mehr. Und jetzt schauen wir mal, wie das sich kraftmäßig weiterentwickelt. Sechs Wochen Zeit. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Ciao, ciao! Salve Leute. Willkommen. Tim Gabel. Natural Bodybuilder. Wir machen jetzt einen schönen Satz Spankdrücken. 160 Kilo. Sind am Start. Ich bin gespannt, ob dem Tim schlecht wird. Wenn das der Fall ist, er weiß, was er zu tun hat. Aber wir gucken mal, ob er vorbei ist. Wenn es das Material ist, hätte ich vielleicht nicht so schwer. Attachomybungen sind meatоды aus. Ich sage mich nicht in chargebieren. Ich sage sie nicht. Ich sage dich nicht mehr. Es geht nicht. Jetzt muss der helfen. Und er hat abgekackt. Ich bin, nach dem, ich denke, immer noch so auf 155 Max. Aber was gut ist immer, ich kann die Stange rausholen. Da hast du mir jetzt nicht geholfen. Gegen unten wusste ich, ich kriege sie nicht mehr hoch. Wie ich sagte, so ein Niko, so ein Missgeburt dabei, immer passt, immer gut. Aber Dinger, weißt du, was noch eine Sache ist? Und zwar, du hast da vor jetzt schon 150 gemacht. Du hast 140 gemacht. Du hast die Stars gemacht. Wenn du das ein bisschen aufgearbeitet hättest und das im ersten Satz gemacht, dann hätte ich das geschafft. Ich glaube an den Jungen. Aber, aber wir wollen hier keine Ausreden liefern. Alles, was es auf Video gibt, ja, das gibt es auf Video. Ich habe die 160 nicht geschafft. Das ist ja reubig, ja, ich habe es nicht geschafft. Oder, oder macht doch einfach den Plan von Ronny Coleman, oder? Ja, ja. Oder verpisst euch. Ja. Ja. Ich habe hier eine Frage, die wir von Rundern liefern. Ich habe nicht. Aber jetzt habe ich mich da noch Spaß gemacht. Ja, danke. Das ist ja alles. Ach, du warst noch ein bisschen prass. Ja, jetzt kommt ein zweites. Es wird langsam warm. Rund dann krass. Und noch gerade. Ja. Ja. Jawoll. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja.